Ich bin Hans-Jörg Kühne, Historiker hier aus Bielefeld. Und in diesem Jahr, also unser 800-jähriges Stadtjubiläum, da halte ich jeden Monat einen Vortrag zu irgendwelchen, nein nicht irgendwelchen, zu wichtigen Aspekten der Stadtgeschichte. Nicht irgendwelchen. Das ist mir jetzt so rausgerutscht, selbstverständlich. Und natürlich gehört Arminia Bielefeld dazu. Ich fand, dass das im bisherigen Programm dieses Stadtjubiläums ein bisschen zu kurz gekommen ist. Es gab zwar eine tolle Choreografie im Februar auf der Alm, das war natürlich unglaublich eindrucksvoll, aber das, was sonst so läuft von diesem Büro, 800 Jahre Bielefeld, was bei Bielefeld Marketing untergebracht ist, oder angebracht, wollte ich schon sagen, untergebracht, da hört man nicht viel. Also ich übernehme heute dieses wichtige Geschäft, denn Sie wissen vielleicht alle, wenn Sie mal außerhalb Bielefeld sind und Ihnen läuft also ein Nicht-Bielefelder über den Weg, bekommt heraus, dass Sie aus dieser Stadt stammen, kriegen Sie meistens drei Sachen um die Ohren gehauen. Das werden Sie möglicherweise alles kennen, was diese Menschen von Bielefeld wissen. Das ist einmal, haha, Bielefeld gibt es ja gar nicht, wie lustig. Das ist in Ansätzen lustig. Mittlerweile ist mir das schon so häufig begegnet, dass ich nur noch tue, als fände ich es lustig, wenn ich vielleicht irgendwie auf Vitamin B hoffe oder was Wichtiges, dann bin ich natürlich dann ganz falsch und finde das toll und lustig. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, der dreht sich um Dr. Oetker und Pudding Town und der dritte Aspekt ist Arminia Bielefeld. Nicht unbedingt in der Reihenfolge wird das dann genannt, sondern manchmal eben Arminia zuerst, dann die Bielefeld-Verschwörung und dann Pudding oder erst Pudding und wie auch immer. Die Reihenfolge ist auch fast egal. Jedenfalls ist Arminia Bielefeld, wo auch immer es steht, da wird irgendwie signalisiert, ist der Ton zu leise oder was? Mach mal ein bisschen lauter bitte. Ja, gut. Und also, Arminia Bielefeld ist ein wichtiger Botschafter. Ist es jetzt laut genug? Ja. Zu laut? Okay. Ich spreche auch jetzt schon ein bisschen lauter. So, gut. Okay, ja. Und wenn man sich als Historiker mit einem Fußballverein auseinandersetzt und mit Fußball, dann hat man immer, das ist wahrscheinlich so eine Krankheit von Historikerinnen oder Historikern, dann hat man immer so das Bedürfnis, möglichst weit zurückzugehen, irgendwie den Urfußball in irgendeiner tiefen Höhle zu finden oder in einem Archiv oder derartiges. Da hatte ich mich im Vorfeld meiner Ausführung heute Abend schon fast verstrickt und wollte Ihnen schon zeigen, wie die Chinesen schon im dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung Fußball spielen, wie die Maya und Azteken im Mesoamerika Fußball spielen oder die Briten. Im 13. Jahrhundert gibt es natürlich, klar, aus England kommt ja alles Gute, da gibt es so Fußballspiele, wo also Städte gegeneinander antreten, Dörfer oder Städte. Tatsächlich ist der Sinn der Sache, dass man einen Ball, eine Schweinsblase, irgendwas, die man mit Luft füllt oder Wasser oder wie auch immer, in das Stadttor, wenn es eine befestigte Stadt ist, der gegnerischen Stadt hineinschießt oder irgendwie hinein praktiziert. Und daran beteiligen sich zum Teil Hunderte von Leuten manchmal aus diesen einzelnen Städten. Auch Leute nehmen teil, die gar nichts damit zu tun haben. Das Ganze ist unglaublich brutal, also im Prinzip ein Vorspiel des Rugby ist unglaublich brutal. Es gibt Tote und Verwundete, sodass die Landesherren in England im 13. Jahrhundert das verbieten und sagen, also meine Untertanen können so nicht miteinander umgehen, auch wenn das vielleicht Spaß macht, Menschen aus anderen Städten zu töten. Ist das jetzt nicht im Sinne quasi meiner Landesherrschaft, dass ich das mache. Dann gibt es in Florenz, Calcio Storico heißt das. Calcio, Sie wissen die Bezeichnung Italien in Italien für Fußball. Calcio Storico ist eine Sportart, die wird in Florenz betrieben. Einmal im Jahr, am 24.06., also wenn man könnte da quasi noch hin, ist es eine große Touristenattraktion. Das ist der Johannistag, also der Schutzpatron, der Florentiner ist Johannes der Täufer. Und da treten vier Stadtteile gegeneinander an. Das sind jedenfalls 27 Personen aus diesen Stadtteilen. Die treten gegeneinander an, müssen auch einen Ball in ein gegnerisches Tor verbringen, um dann zu siegen. Und auch da ist alles erlaubt. Boxen, Ringen, Treten, aber nicht gegen den Kopf treten und nicht von hinten angreifen. Das ist nicht erlaubt bei diesem Calcio Storico. Ist mittlerweile eine große Touristenattraktion. Die hatte 1930 Mussolini eingeführt in Italien, sozusagen als Konkurrenz zu dem bereits vollkommen in Italien etablierten Fußball. Nach britischer Machart, das wollte er also irgendwie hinkriegen, dass Calcio Storico da irgendwie wieder Fuß fasst. Hat aber nicht so geklappt bis eben in Florenz. Naja gut, jetzt aber mehr in die Neuzeit, ins 19. Jahrhundert. Der Fußball, den wir kennen oder der gespielt wird, wie wir ihn verstehen als Fußball, wie gesagt auch wieder England, Großbritannien, in Cambridge werden in den 1840er Jahren die ersten Fußballregeln aufgestellt. Da treten also Mannschaften von Schulen oder Universitäten gegeneinander an und das Ganze scheint in Cambridge seinen Ausgangspunkt zu nehmen. Das ist aber alles nicht gesichertes Wissen oder gesicherte Erkenntnisse. Das kann genauso gut irgendwo schon seit Jahrzehnten in England betrieben worden sein, das Fußballspiel oder ist es mit Sicherheit. Denn jeder hat ja irgendwie das Bedürfnis, wenn er auf der Straße einen Stein sieht, der nicht zu schwer ist oder eine Bierdose, da dran zu treten und die irgendwo hin zu pfeffern. Selbstverständlich ist in dem spielvoll liebten Großbritannien das Gang und Gebe, dass man solche Bedürfnisse schon vorher pflegt. Gut, an diesem Elite-College, Cambridge, da wird also der Fußball so in etwa gespielt, zunächst wie wir ihn kennen. Da werden auch die ersten Fußballregeln, die sogenannten Cambridge-Regeln veröffentlicht. Ich habe aus dieser Cambridge-Zeit nichts, was ich Ihnen zeigen könnte, höchstens 1857, das ist der Footballclub Sheffield. Das ist so ein Foto aus jener Zeit, die also nach diesen Regeln, nach diesen Cambridge-Regeln spielen. Ein etwas neueres Foto, 1890, derselbe Fußballclub, Sheffield Football Club. Erstaunlicherweise spielt für den Siegeszug des Fußball in Europa die Schweiz eine große Rolle. Das hat mich selbst im Vorfeld ein wenig verwundert. Das ist der erste FC St. Gallen, den Sie hier sehen. Der ist 1879 gegründet und das Foto ist von 1881. Das klingt zunächst irgendwie etwas seltsam. Tatsächlich ist es so, dass die Familien, reiche Familien in England, Wohlmögende, auch Adlige und Großbürgertum, die schicken ihre Zöglinge in jener Zeit zum Beispiel zu Internaten in die Schweiz. Denn dort gibt es die besten, die teuersten Internate. Und das ist im 19. Jahrhundert so und das ist ja heute im Prinzip auch noch so. Und die Zöglinge aus England, die bringen das Fußballspiel damit hin, an diese Internate in der Schweiz. Dort gründen sich dann einheimische Fußballvereine und gleichzeitig bringen die dann sozusagen diese frohe Botschaft auch ins Deutsche Reich, ins damalige Deutsche Reich, wo natürlich dann das auch begierig aufgenommen wird. Auch im Deutschen Reich ist, als der Fußball quasi da fröhliche Urständen feiert, die Sache zunächst ein Spiel des gehobenen Bürgertums, der Leute, die über Geld und Finanzen und Titel verfügen. Und das ihr, auf diesem Bild, das ist Konrad Koch, vielleicht sagt er Ihnen irgendwas, da gab es vor einiger Zeit mal einen Film, ein Dokudrama, wie das so heißt im Fernsehen. Konrad Koch hat an einem Gymnasium in Braunschweig 1874 Fußball spielen lassen, angeblich zum ersten Mal auf deutschem Boden. Das wird nicht stimmen, aber vielleicht zum ersten Mal auf deutschem Boden mit den Regeln, mit diesen Cambridge-Regeln. Tatsächlich stellt er auch selbst Fußballregeln auf, Regeln des Fußballvereins der mittleren Klassen des Martino-Catarineums, so heißt das Gymnasium in Braunschweig. Die kommen also 1875, erblicken diese Fußballregeln das Licht der Welt. Und das sind ganz grundsätzliche Sachen, die konkurrieren so mit diesen Cambridge-Regeln, die ich eben schon erläuterte, und legen grundsätzliche Dinge des Fußballs fest. Das Erstaunliche ist, dass sowohl das Bürgertum, was also diesen schicken, modernen, tollen englischen Fußball spielt, gleichzeitig gibt es Vertreter wie Karl Planck, das ist unten links steht, das Professor und Turnlehrer am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart, gleichzeitig gibt es Vertreter, die sagen, das ist ja eine englische Krankheit, das ist ja ein ganz verwerfliches Spiel, klingt ein bisschen lustig, Fußlümmelei. Bringt Karl Planck, bringt dann so eine Gazette heraus, Fußlümmelei, in der er also fürchterlich abhetzt über dieses neue Fußballspiel. 1898 erscheint also dieses Ding. Er nennt das die englische Krankheit, also dieses Fußballspiel. Ich darf mal zitieren aus Karl Plancks Fußlümmelei. Zunächst ist jede Bewegung, also des Fußballspiels, ja schon auf die bloße Form hin angesehen hässlich. Das Einsinken des Standbeins ins Knie, die Wölbung des Schnitzbuckels, ich weiß gar nicht, was Schnitzbuckel ist, das tierische Vorstrecken des Kinns erniedrigt den Menschen zum Affen. Und dann sagt er, englischer Aftersport. Nicht nur gemein, sondern auch lächerlich, hässlich und widernatürlich. Der richtige Sportsmann, und damit meinte Engländer, in Deutschland turnt man, da macht man keinen Sport. Sport ist was Englisches. Dieser Begriff kommt aus England, das wird abgelehnt. Turnen ist das, was man machen muss, in Anführungszeichen, nicht Sport. Sport ist etwas, was auf kurzfristige Höchstleistung getrimmt ist, das lehnt man ab. Das schadet der Gesundheit. Und da sagt man, das ist typisch Englisch, die machen so komische Touren, die bringen sich ihren Körper für irgendeine bestimmte Übung auf Höchstleistung und rennen zum Beispiel hier wie die Blöden hinter einem Ball her, wie schnaufende Ungeheuer. Und das sei abzulehnen, das hätte mit der Eleganz des Turnens, wie es eben auch im Arbeitersport wohlgemerkt in Deutschland gang und gäbe ist, überhaupt nichts zu tun, das sei abzulehnen. Der richtige, ich zitiere nochmal weiter den Karl Plank, der richtige Sportsmann kümmert sich weder um Natürlichkeit der Bewegung, noch um Schönheit und Würde der Erscheinung. Kommt nun aber so ein Engländer daher, in dessen Gesicht jede Fieber nach Boxing und jede Ader nach Kicking schreit, so ist das, was eben noch närrisch schien, wonderful, marvellous, prodigious und wird flux importiert. Damit geißelt also Karl Plank, dass diese Bereitschaft ins Deutsche, auch die englischen Begriffe aus dem britischen, aus dem englischen Fußball zu übernehmen und überhaupt dieses Englische zu importieren, das lehnt er voll und ganz und zur Gänze ab. Nichtsdestotrotz, Siegeszug des Fußballs im Deutschen Reich, das manifestiert sich zum Beispiel. Der Fußballverein zu Jena stellt 1893, das ist das Deckblatt, die Erlernung des Fußballspiels ohne Aufnehmen des Balles, Association, Football, das stellen die Jena auf, der Jena-Fußball-Club, wohlgemerkt, man nennt sich auch Club, man nennt sich nicht Verein, Club klingt Englisch, das klingt irgendwie cool und früher sagte man natürlich eher nicht cool, sondern tip top ist so der Begriff um 1900 für etwas, was total cool ist. Tip top, on the tip of the top. Und das wird also vom Jena-Fußball-Vorein, der ist 1890 gegründet, da werden diese Regeln aufgestellt, die sind ganz einfach, aber ganz wichtig für spätere Fußball-Regelbestimmungen, die in Deutschland erscheinen, auf deutschem Boden. Tatsächlich legen die meistens nur so ganz Grundlegendes fest, wie zum Beispiel, wie groß das Spielfeld sein soll, dass es möglichst plan sein soll und möglichst auch nicht von Sträuchern bewachsen ist, oder büschen oder sowas, und dass man für die Dauer des Spiels dafür Sorge tragen müssen, dass nicht irgendwelche Passanten so quer übers Feld latschen. Ich meine, das deutet schon darauf hin, das ist erstaunlich, für uns ist das klar, wer Fußball spielt, wie so eine große, plane Fläche vor sich haben, ob Asche oder Rasen, und nimmt das so in Kauf, dass das selbstverständlich gepflegt ist und bestimmte Maße hat und so weiter, und da stehen Tore da und da, das ist zu der Zeit überhaupt noch nicht en vogue. Da muss man sich bitter erkämpfen, große, plane Flächen, auf denen man Fußball spielen kann. Die ersten Fußballspiele in Bielefeld finden auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz, das ist der Kesselbring der heutige Stadt. Ich weiß gar nicht, ob der besonders plan war. Jedenfalls beschwerte man sich damals darüber, dass da Leute während des Spiels einfach so drüber latschen und dann angefahren werden von den Spielern und sagen, was stellt ihr euch denn an, was ist denn das für eine Fußlümmelei hier? Das ist doch sowieso englischer Aftersport, der wird hier nicht betrieben. Ich sagte schon, in Deutschland, im Deutschen Reich damals, ist es auch eine Sportart der gehobenen Stände. Das ist hier ein Foto, das zeigt eine Mannschaft der preußischen Hauptkadettenanstalt um 1910 etwa. Also daran merken Sie, die ersten Fotos, die vom Fußball über den Fußball im Deutschen Reich existieren, die zeigen in aller Regel, also was ich schon sagte, bürgerliche, junge Adelige, Leute, die offenbar Geld haben und sich die gehobene Ausbildung leisten können oder die Offiziere werden wollen, wie eben an so einer Hauptkadettenanstalt. Und dennoch wird munter schon gegeneinander gespielt hier. Das ist so eine Rekonstruktion. 1892 Dresd, eine Mannschaft aus Dresden spielt gegen eine Mannschaft aus Berlin. Da hat man sich einen Exercierplatz angemietet dafür. Der hatte einigermaßen so die Abmessungen, die also in diesen Jenaer Regeln vorgeschrieben sind. 1892 ist das. In Bielefeld nimmt natürlich auch der Fußball seinen Weg. Also dieser Verein heißt zunächst Cheruskia. Und erst später nennt er sich, 1903 gegründet, Verein für Bewegungsspiele. Also Verein, der diese Form, diesen Fußball importiert. Das ist ja der VfB, die Kenner unter Ihnen wissen es, ist auf ewige Zeiten und viele Jahrzehnte der schärfste Konkurrenz der Arminia Bielefeld und immer dicht auf den Fersen und manchmal sogar vor Arminia und häufig sogar. Das ist also 1903, da gründet sich dieser Verein und 1905 die Arminia, die sich erstaunlicherweise Erster Bielefelder Fußballklub nennt. Das ist eine Anzeige in den Zeitungen, gegründet 1905, wann genau jetzt diese Anzeige erschienen ist. Das weiß ich nicht mal, sie zeigt aber sehr schön. Man sucht also Personal für diesen Sport. Ältere Herren, ich weiß nicht, was darunter verstanden wird, und junge Leute, die sich für die Leichtathletik, Fußball und Wintersport, alles Sport, Sport groß geschrieben, interessieren, bitten wir sich unserer Vereinigung anzuschließen. Hotel zur Reichspost, das ist eben damals, wo die Hauptpost ist, so gegenüber. Da ist offenbar das Vereinslokal und da trifft man sich. Und man nennt sich Arminia, wie eben auch der Verein für Bewegungsspiele Cheruskia heißt. Arminia selbst ist eine Ausgründung aus zwei bereits existierenden Vereinen. Einer heißt Teutonia, der andere heißt Terpsichore, die Göttin des Tanzes. Das deutet darauf hin, das sind zwei bürgerliche Vereine, auch wieder das Bürgertum, die eigentlich junge Leute aus Bielefeld an sich binden wollen und die sollen da bürgerliche Umgangsformen nach Knigge lernen, wie man miteinander umgeht, wie man tanzt, wie man fechtet. Das wird da gelehrt und gelernt. Und dann gibt es damals eine Idee von zwei Mitgliedern, man möchte doch diesen englischen Sport einführen und dann heißt es, nee, also das machen wir nicht mit von Teutonia, das kann ja so eine Ausgründung sein. Und dann gründet man eben die Arminia. Natürlich hat das was mit Arminius zu tun, also der ein paar Kilometer weiter im Lippischen steht. Und diese ganzen seltsamen Namen, die nach Arminia, Teutonia und Cheruskia, Alemannia, Aachen, Normannia, ja, also das deutet darauf hin, dass man sich orientiert an Verbindungen, an Studentenverbindungen. Das ist ganz erstaunlich, auch als die Arminia zum ersten Mal so auftritt und ihre ersten Spiele macht, rennen die rum wie Verbindungsstudenten, die ja auch diese Studentenverbindungen an den alten Universitäten und heute wieder an den Universitäten zu finden, schlagende Verbindungen, die sich gegenseitig schmissen haben, ins Gesicht hauen. Das sehen Sie an diesem jungen Mann. Das ist nicht etwa auf dem Foto, sondern er hat schon einige Mensuren hinter sich und trägt also stolz diese Schmissen haben. Die Farben seiner Verbindung, die Couleur trägt er und den Schläger unten, mit denen also die Mensuren dann stattfinden. Daran orientiert man sich erstaunlicherweise. Arminia, tatsächlich gibt es heute noch in Heidelberg eine Studentenverbindung. Arminia, Heidelberg, das musste ich jetzt gar nicht wiederholen. Schlagende Verbindung, auch da geht man mit, wenn man sich gegenseitig beleidigt, mit schweren Degen aufeinander los und bringt sich schmissen haben bei zu jener Zeit. Und die haben die Farben, schwarz, weiß, blau, wie Arminia. Und vielleicht orientiert man sich da dran, vielleicht auch nicht. Leider ist das, was die Frühzeit der Arminia angeht, so mehr oder weniger recht im Dunkeln und nicht so klar rekonstruierbar. Da gibt es auch leider kaum oder nur wenige Unterlagen in den Archiven dazu. Und da kann man, oder muss man viel spekulieren. Was man sicherlich richtig spekuliert, ist diese Orientierung an farbentragenden Studentenverbindungen. War vielleicht jemand von Ihnen mal oder ist in einer schlagenden Verbindung? In Bielefeld gibt es ja auch zwei. Normandia nie belungen, gibt es in Bielefeld jetzt. Und dann, ich glaube, alte Turnerschaft, Hansi ja zu Leipzig in Bielefeld. Ach so, gut, sonst hätte sich wahrscheinlich jemand gemeldet. Das ist ja auch eine Sache, um die nach wie vor debattiert wird, ob das en vogue sei, sich gegenseitig schmissen haben, ins Gesicht zu schlagen. Ich halte nochmal fest, das ist das, woran man sich orientiert, die Fußballvereine, die Ersten. Hier nochmal so ein junger Mann, der ganz erstaunt guckt, wahrscheinlich von dem Blitz des Fotografen. Vielleicht noch ein Hinweis. Es gibt ja von Heinrich Mann dieses berühmte Buch der Untertanen und diesen berühmten Film von 1951, von der DEFA damals gedreht. Der zeigt so, natürlich in ganz scharfer, ironischer Verzerrung, was an diesen Menschen, die zu diesen studentischen Verbindungen gehören und dann ihre Karriere machen, eher nicht liebenswert ist. Was dieser Roman zeigte und dieser Film, nach oben buckeln, nach unten treten, das zeige oder zeichne den Menschen des Zweiten Deutschen Kaiserreichs aus, also bis 1918. Und der Untertan, der wird als solcher gezeichnet. Der hat auch schon Schmissnamen hier an Wange und oben am Kopf und tritt dick auf. Und da gibt es auch in dem Film, das ist so ein Standfoto aus so einer Mensur, die da geschlagen wird. Und das wird also ganz genau nachgezeichnet. In diesem DEFA-Film, ein Film der jungen DDR, die das auch so mit ganz scharfer, mit ätzender Schärfe auch nachzeichnet. Und hinterher sieht man dann so aus, wenn man es schlecht erwischt hat. Diese Narben, die geschlagen werden, werden zu jener Zeit um 1900 meistens von den Paukärzten, die dabei sind bei diesen Mensuren, relativ schlecht versorgt. Man näht da irgendwie Pferdehaare ein oder sowas, dass die Narben ganz langsam heilen und ganz groß und deutlich im Gesicht bleiben. Denn dadurch weist man sich aus. Man erkennt sich damit gegenseitig, Aha, das ist einer von uns, ein Verbindungsstudent, vielleicht jetzt alter Herr. Und meistens behalten die, das ist ein Bund aufs Leben, fürs Leben. Und den zieht man durch, durchs ganze Leben und hat seine Verbindung zu den älteren Herren. Und die alten Herren, die sind meistens Vorstände oder Industriekapitäne oder von großen Wirtschaftsunternehmen, die Präsidenten oder Anführer oder wie auch immer man das nennen mag. Das ist so, erstaunlicherweise oder leider Gottes, zu jener Zeit, das, was man in Bielefeld offenbar auch ganz toll und nachahmenswert findet. Was man ganz nachahmenswert findet bei den ersten Vereinsmitgliedern von Arminia ist auch das Einjährige. Man hat, wenn man eine einigermaßen Schulbildung zustande bringt, vielleicht so Abitur oder etwas in der Richtung, hat man das Recht, das Einjährige zu machen. Man darf zur Reichswehr gehen, ein Jahr lang, muss auf eigene Kosten sich verpflegen und die Ausrüstung bezahlen und nach einem Jahr ist man in aller Regel, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, dann Leutnant der Reserve. Preußischer Reserveleutnant, also der unterste Offiziersgrad, ist im Prinzip das, wonach der junge Mann, der junge Bürgerliche im Kaiserreich strebt. Das ist wie sechs Richtige im Lotto mit Zusatzzahl, wenn man es erreicht hat. Hier so ein Bild eines preußischen Reserveleutnants. Die Ehrerbietung, die geht im Preußen so weit, dass berichtet wird von Szenen auf der Straße, wo preußische Offiziere auf den Bürgersteig gehen und Damen der Gesellschaft sogar in den Rindstein treten oder auf die Straße, um einen preußischen Offizier vorbeizulassen. Das ist also sozusagen das Maß aller Dinge im Preußen. Und das ist das, woran sich leider Gottes eben dann auch, woran man sich orientiert. Das hier, das ist Bielefeld, das ist die Niedernstraße. Hier unten in diesem Haus ist die Gaststätte Modersohn drin. Da wird Arminia gegründet. Die ziehen dann um in dieses Hotel zur Reichspost, wie es eben auf dieser Anzeige war. Und das sind zwei der Gründungsväter. Links sieht man Emil Schröder, der erste Präsident der Arminia, links im Bild. Und rechts, von diesem Herrn habe ich keine andere Information, als dass es Zahnarzt meine ist. Weder Vorname noch sonst irgendwas, Zahnarzt meine. Diese Bilder zeige ich Ihnen deshalb. Ich fand die insofern so lustig. Der Hut auf der linken Seite sieht irgendwie aus, als wenn der tatsächlich aufgesetzt gewesen wäre beim Foto. Der rechte Hut sieht aus, als hätte man den hinterher hinein retuschiert. Heutzutage würde man da Photoshop nehmen. Da steige ich nicht so ganz durch, dass man also offenbar, vielleicht ist das ein Ausweis hoher, hochstehender Bürgerlichkeit, also so einen Hut zu tragen. Wie auch immer, das erste Spiel, der Arminia auf dem Kessel bringt, dem Kaiser-Wilhelm-Platz, dann bekommt man einen Platz zugewiesen oder kann den anmieten an der Kaiserstraße, der heutigen August-Bebel-Straße, zwischen Paulus-Straße und August-Bebel-Straße. 1910 kann man an die Pottenau umziehen. Das ist so ein Platz, da hinten im Bielefelder Industriegebiet, im Bielefelder Osten, im fünften Kanton, sozusagen mitten im Arbeiterwohngebiet, wo die Bielefelder Arbeiter hausen. Da findet man also diesen Platz an der Pottenau. Und dann ab 1927 dann im Westen der Stadt, also dieses Feld vom Bauer Lohmann, der das Feld zur Verfügung stellt und wo dann angeblich jemand gesagt hat, das sieht ja aus wie er aus war Alm, mit diesen aufgeschütteten Hängen an der Seite, wo zunächst die Zuschauer stehen können, dann sei also dadurch der Name Alm entstanden. Also da, gut, das klingt so ein bisschen wie so anekdotenhaft, kann sein, muss aber nicht sein. Das ist 1910 entstanden, das Foto, das zeigt die erste Schülerfußballmannschaft Arminias, die da antritt. Hier ein Bild der regulären Mannschaft vor dem Ersten Weltkrieg und vielleicht 1910, 1911, hier noch einmal 1911 aufgenommen und dann noch ein, zur Illustration, der Platz an der Pottenau, das ist ein alter Stadtplan-Ausschnitt. Da sieht man oben die Eckendorfer Straße, wo Kleinbahnhof steht, an der Pottenau. Das ist eine kleine Straße, die geht vorm Nikolai-Friedhof rechts von der Herforder Straße ab und da hat man seinen ersten Sportplatz oder den zweiten Sportplatz vielmehr gefunden. Da gibt es immer großen Ärger. Man will natürlich Eintritt nehmen von Menschen, die sich diese Spiele angucken wollen, aus reiner Neugierde. Die lassen sich da immer auf dem Bahndamm nieder und gucken das für kein Geld. Und das ist also eine Sache, die die Arminia zunächst so ein bisschen in finanziellen Engpass treibt. Was dann... Tatsächlich ist der erste finanzielle Engpass schon 1909, der Arminia. Da hat man vergessen, sich ins Vereinsregister einzutragen, vollkommen unverständlich. Und dann, dadurch, dass man an die Pottenau musste und aus der Stadt Bielefeld weg, aus der damaligen Innenstadt, entstanden Kosten. Und die hätten jetzt nun die einzelnen Vereinsmitglieder zahlen müssen. Und da gab es reihenweise Austritte und eine unglaubliche finanzielle Schieflage. Und hat ein damaliger Vereinsvorstand, Julius Hesse, der hat dann das hingekriegt, dass er die Gläubiger auf Ratenzahlung irgendwie umpolen konnte. und das schnell eingetragen, den Verein, damit der Verein in Gemeinschaft quasi für die ausstehenden Schulden zahlen muss und nicht etwa einzelne Personen, die dann möglicherweise vom Gerichtsvollzieher besucht werden, der ihnen dann an die Möbel so ein Kuckuck klebt. Also, was Sie hier sehen, 1910 gibt der Allgemeine Deutsche Sprachverein solche Dinge raus. Deutsche Ausdrücke für das Fußballspiel. Also man kämpft gegen das Britische, was man im Bürgerlichen oder von den Vereinsmitgliedern aber so schick findet und so tiptop, ich habe es ja gesagt, und der Deutsche Sprachverein sagt, das geht nicht, wir müssen diese Begriffe eindeutschen und schickt solche Tafeln rum. Die kann man erwerben, gerahmt für eine Reichsmark oder so als Flugblatt, was man dann selbst irgendwo an die Wand pappt. Und da bietet man dann also Begriffe an, die sich bis heute also auch durchgezogen haben. Der Käpt'n soll jetzt Spielführer heißen. Das tut er ja heute noch. Der Center Forward ist der Mittelstürmer. Das ist also auf dieser Liste und das wandert da auch eben in den deutschen Sprachgebrauch und die Bezeichnung des Fußballspiels ein. Dribbeln soll treiben heißen. Hat sich nicht durchgesetzt. To dribble. Ja, fair, fair ist so geblieben. Anständig, ehrlich, sagt ja kaum einer, fair play. Der Forward soll der Stürmer sein. Ja, wie soll man faul übersetzen? Ungehörig, unehrlich, regelwidrig. Free kick, der Freistoß, das hat sich durchgesetzt. Der Goalkeeper, Torwächter oder Malwächter. Das klingt seltsam. Kick-Off-Anstoß, gut. Irgendwie tauchen oder diese englischen Begriffe wandern ja in letzter Zeit, so habe ich das Gefühl, wieder zurück in den Sprachgebrauch. Wenn Sie die Kommentatoren hören, demnächst auch wieder bei der WM, die werden vom Kick-Off sprechen und vom Match und vom Team und die werden kaum noch, oder nur einige wenige, sie werden vom Match reden, sie werden nicht Wettspiel sagen oder Spiel. to pass, okay, das ist geblieben, ein Pass. Der Referee, Sie werden auch vom Referee reden. Der Schiedsrichter ist irgendwie aus der Mode gekommen, dieser Begriff. Und die Mannschaft ist das Team jetzt. Da geht man also vice versa mit um. Ungehörig, unfein, unfair. Ja, das sind also die Empfehlungen dieses deutschen Sprachvereins, die sich zum Teil durchgesetzt haben. Hier noch ein Ausschnitt aus der Zeitung. Karfreitag 1914, ein Fußball-Propaganda-Wettspiel, schön eingedeutscht jetzt, Freundschaftsspiel, Freundschaftsmatch, wenn man so will. Circle de Sport Athletique Paris ist zu Gast. Man muss wahrscheinlich Paris sagen, gegen Arminia, erster Bielefelder Fußballklub e.V., Meister von Westfalen 1912-13 offenbar. Anstoß dreieinhalb Uhr, also 15.30 Uhr. Und das wäre dann doch ein bisschen früh, bei aller Liebe zum Fußball. Halb vier. Anstoß durch Herrn Hauptmann U. von Rosenberg. Adelig Hauptmann. Der macht also den Referee, den Schiedsrichter. Und das ist schon, naja, vielleicht wieder ein kleiner Hinweis darauf, wo man sich gerne gesellschaftlich anbinden möchte. Das Logo des Vereins bis so um 1920, 21. und der DFB hat sich ja 1900 gegründet in Leipzig. 28.1., aber das weiß ich nur, weil ich es mir hier aufgeschrieben habe. In Leipzig, das ist ja das Logo des DFB bis 1945. Das sieht so neumodisch und schick aus und gefällt mir viel besser als das Aktuelle, aber auf mich wird man da wahrscheinlich eher nicht hören, wenn ich da Empfehlungen ausgebe. Was ich jetzt mache, ist Ihnen mal die Situation in Bielefeld zu schildern und ein paar Worte zum Arbeiter-Touren zu verlieren. Bielefeld ist seit Mitte, spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz aufstrebende Industriestadt. Da brummt das Wirtschaftswunder. Da entstehen riesige Unternehmen wie hier 1857, die Ravensberger Spinnerei. Und 1900 sind etwa in Bielefeld 64.000 Menschen wohnen hier und 50% davon gehören in irgendeiner Art und Weise zur Arbeiterklasse, Arbeiterschicht. Das sind Leute, die also in diesen Betrieben arbeiten oder in Phoenix Nähmaschinenfabrik von Bär und Rempel, die da am Hauptbahnhof entsteht oder später das größte Unternehmen, die Dürrkopf Werke in Bielefeld. Da sind die beschäftigt und die müssen da ihre 10, 12, 14-Stunden-Tage ableisten. Das ist ein ganz brutales Arbeiten und sie finden sich in der wenigen Freizeit, die übrig bleibt, in aller Regel politisch engagiert, ganz früh schon in der Sozialdemokratie und in den Gewerkschaften. Da findet man sich, da macht man, wenn man denn noch Zeit hat, nach Feierabend, nach so einem 12-Stunden-Tag, da macht man da noch ein bisschen Politik, um die eigene Lage zu verbessern. Ich habe leider gar keine Bilder aus den Inneren dieser Fabriken. So habe ich einfach eins von Adolf von Menzel genommen, das zeigt eine Szene in Königshütte in so einem Werk, das ist natürlich sozusagen überhöht und vielleicht übertrieben, aber, und ich weiß nicht, ob man es hinten auch überhaupt erkennen kann, jedenfalls soll das so diese unglaublich mühsame Arbeit jener Zeit verdeutlichen, im Mitte des 19., Ende des 19. Jahrhunderts, vielfach ungeschützt von irgendwelchen Arbeitsschutzmaßnahmen und gleichzeitig permanente Arbeitsunfälle, wenn man 12 Stunden an solchen Maschinen steht, dann kann man sich irgendwann nicht mehr konzentrieren und zack, greift ein Treibriemen und schneidet einem die Hand ab und sonstige Dinge und das ist eben was, wo sich eben auch die Bielefelder Arbeiterschaft organisiert, in straffer Ablehnung der Bürgerlichen, die diesen Fußball spielen, sagt man, wir machen unser eigenes Ding, hier noch eine Szene aus so einer Fabrikhalle, hier die Arbeiterschaft, ein Teil der Arbeiterschaft, die Adler-Nähmaschinen produziert, Betriebsmeister, Gesellen und Lehrlinge, ganz links unten, ganz jung, die da also in dieser Firma ebenfalls da den ganzen Tag rumhängen müssen und man findet sein Selbstbewusstsein auch in Bielefeld gegenüber, also eine scharfe Abgrenzung gegenüber den leitenden Schichten, sagen wir des Bürgertums, findet man darin, indem man Sport macht Turnen, indem man Turnvereine gründet und dann dabei auf Würde und Haltung achtet und das Breitensport mäßig anlegt und es soll der Gesundheit dienen und gleichzeitig ist es etwas, was sogar der politischen Betätigung dient. Ab 1878 gelten im Deutschen Reich bis 1890 die Sozialistengesetze, da sind die Umtriebe in Anführungszeichen der Sozialdemokratie und auch vieler Gewerkschaften verboten, grosso modo und da flüchtet man sich in dieses Vereinswesen seitens der Arbeiterschaft und sagt sich, okay, dann gründen wir so einen Arbeitertourenverein, das klingt unverdächtig und werden da natürlich Touren ganzartig, falls man uns überprüft, aber wir werden auch vorher und hinterher bei Vereinssitzungen oder hinterher in der Kneipe werden Politik machen, das sind sozusagen Deckmäntel für politische Betätigung. Festrede, das dauert bis 1890, aber diese Tradition der Arbeitertourenvereine besteht weiter. Hier so ein, die Maifeier 1896, das Maifest der Arbeit hier in Bielefeld, das ist also, da sehen Sie, turnerische Aufführungen gehören immer dazu, zu solchen Festen, dadurch, wie soll ich sagen, erlangt die Arbeiterschaft so ihr Selbstbewusstsein, Festrede, Instrumental- und Vokalkonzert, Kinderbelustigungen, tatsächlich ist es auch immer so, dass diese Vereine, das sind nicht nur Tourenvereine, da gibt es Gesangsvereine und also Chöre sagte ich ja schon, alles was man sich auch nur irgendwie vorstellen kann, das gibt es auf bürgerlicher Seite auch, aber nicht mit dieser Entschlossenheit, wie es die Arbeitervereine machen. Hier zum Beispiel Zweites Stiftungsfest, das ist 1898 der Arbeitertourenverein Hoffnung, auch da Konzert, turnerische Aufführungen, ganz wichtig, da erlangt man sein Selbstbewusstsein und dann, da man seitens der Arbeiterschaft mit diesen Tourenvereinen nicht in die Sporthallen der Schulen, der Bielefelder Schulen darf, das wird einfach vorwehrt, auch nach dem Ende des Sozialistengesetzes 1890 gelten die Sozialdemokraten und viele Gewerkschafter irgendwie als vaterlandslose Gesellen, damit will man nichts zu tun haben und darum wird ihnen der Zugang zu Sporthallen vorwehrt und dann findet man sich zusammen und es entsteht die freie Scholle hier in Bielefeld, das ist ein Verein, in dem wird eingezahlt und dann baut man die erste Tourenhalle selbst an der Bleichstraße, heute turnt da Tuss-Ost oder spielt Hallenfußball und diese Tourenhallenweihe findet also 1914 statt und das gibt dieses Bild wieder, hier nochmal eine Szene aus 1914 eben in Tuss-Ost, in dieser Tuss-Ost-Sporthalle, wo also die Arbeiterschaft dann ganz akkurat und diszipliniert Keulen schwingt und am Reck tournt und an den Ringen und solche Dinge macht, die eben das typische Gerätetouren charakterisieren. Hier der Arbeitertourenverein Einigkeit in Lämmershagen 1910 und ja, wir nähern uns so ein bisschen dem Ersten Weltkrieg, da benutzen dann die Briten gleich wieder diese Rückbesinnung Football's Coming Home und das ist ein englisches Spiel und als die in dieser Sommerkrise 1914 die Parteien scharf aufeinander losgehen, gibt es dann in Großbritannien, das ist aus dem Deutschen Sportmuseum in Köln, gibt es dann solche Postkarten, die natürlich Propagandazwecke verfolgen, Goal, also man hat ein Tor geschossen, der deutsche Kaiser, Friedrich Wilhelm II., im Tor, kriegt also den Ball mit dem Union Jack voll in die Fresse sozusagen und unten steht what the R.E.s are going to do, die Royal Engineers, hochangesehene Einheit der British Army und die haben schon seit den 1870er Jahren einen Fußballklub, diese Royal Engineers, der hochangesehen ist, der einen Pokal nach dem anderen abstaubt in England und die Royal Engineers selbstverständlich machen mit und sagen, so, das werden wir mit dem deutschen Kaiser machen. In Bielefeld ist die Kriegsbegeisterung 1914, das ist eine Szene auf dem Jahnplatz, im August 1914, da marschiert das 55. Infanterie-Regiment, das in Bielefeld stationiert ist, in Richtung Westfront, in Richtung Hauptbahnhof und dann in die Züge. Graf Bülow von Dennewitz heißt das und die Begeisterung kennt auch in Bielefeld gar keine Grenzen. Man findet das also unverständlicherweise ganz toll, jetzt in den Krieg ziehen zu können und man sei im Winter dann oder zu Weihnachten wieder zu Hause. Hier eine Szene vor dem Hauptbahnhof, da checkt gewissermaßen das Regiment ein und damit fehlen natürlich auch vielen Fußballclubs, die Leute hier, die Offiziers auf dem Bahnsteig dieses Regiments, die sich da noch einmal final ablichten lassen und vielleicht kommen einige auch zurück oder eben dieser Wagen, der in Richtung Westfront fährt und man glaubt, da ist das, ist ganz toll und man ist ruckzuck wieder daheim. Ich meine, ich erwähne es deshalb, in diesem Jahr haben wir ja auch 100 Jahre Beginn des Ersten Weltkriegs, das geht ja durch alle Medien im Moment und insofern bot sich das an, auch solche Bilder zu präsentieren, wie dann eben an der Westfront vor allem alles letztlich in schmutzigen Schützengräben stecken bleibt und man da krepiert und dann irgendwelche Felder verteidigt, die so aussehen. An der Heimatfront der sogenannten im Stadtkreis Bielefeld, da macht sich das bemerkbar, indem also schon 1915 und 1916 eine regelrechte Hungersnot ausbricht. Der Steckrühmenwinter 1917 ist berühmt, wo also an der Heimatfront großes Ungemach herrscht und man, ja wie soll ich sagen, dann die Heimatfront weicht richtiggehend auf. Das ist eine Lehre, aus der die Goebbels dann sich zu Herzen genommen hat in den späteren Jahren und gesehen hat, dass während des Krieges auch die Verpflegungslage gut funktioniert. Das städtische Krankenhaus, da kommen die ersten Kriegsversehrten hin. Natürlich wird immer irgendwie Fußball gespielt und sofort nach dem Krieg geht es weiter. Arminia wechselt das Logo ab 1921, ob, aus welchen Gründen, ich weiß es nicht, vielleicht ist das damals, also moderner wahrscheinlich als das Erste oder man hat einen guten Gestalter aufgetan und tatsächlich läuft jetzt eine richtig gute Zeit für die Arminia an, die 1920er Jahre. das soll man kaum glauben. Das ist die Meistermannschaft von 1923. Hier nochmal ein Foto mit den Namen der Spieler, mit denen ich selbst nicht mehr so viel anfangen kann, außer dass es Namen sind, die also in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg also richtig gehend abräumen, die haben, also gewinnen zwei westdeutsche Meisterschaften, nicht die deutsche Meisterschaft 1922 und 1923. Das sind die bis dahin größten Erfolge für die Arminia, also knapp an der deutschen Meisterschaft vorbei und in den 1920er Jahren arbeitet man in steter Konkurrenz zum VfB 03, ich erwähnte den Verein vorhin, dann kommt 1930 bis 1933 noch die Spielvereinigung 06, 07 dazu als drittes Standbein, aber auch scharfe Konkurrenz. Das ist ja so eine Spielvereinigung, die speist sich aus zwei, drei anderen bürgerlichen Vereinen und dann ist tatsächlich Bielefeld mit drei Vereinen in der Bezirksliga da in Westfalen vertreten. Erstaunlicherweise gegen Ende der 1920er Jahre bricht das alles so wieder in sich zusammen. Die erfolgreiche Phase ist aus welchen Gründen auch immer vorbei. Man meint rückschauend heute, naja, die Leistungsträger seien älter geworden, wären in die Jahre gekommen und unter den Spielern hätte sich so eine gewisse Selbstzufriedenheit breit gemacht. Dazu kam allerdings auch, dass in den 1920er Jahren die Arbeiter Sportvereine nach vorne drangen. Also die hatten jetzt endlich gemerkt, Fußballspielen macht Spaß und ist gar nicht mal so was bürgerliches, wenn man es nur richtig proletarisch anfängt. Und die Bürgerlichen sagen auch, diese Proleten-Clubs, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Jetzt fangen die auch noch an, Fußball zu spielen. Das ist doch unser Metier. und tatsächlich Schalke 04 ist einer der berühmtesten Arbeiter Fußballvereine des Ruhrgebiets, Gelsenkirchen, Schalke. Da gibt es 1922 eine Anfrage für ein Freundschaftsspiel aus Gelsenkirchen an die Arminia. Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld, ob man das nicht mal auf die Beine stellen könnte. Da gibt es dann einen ganz arroganten Brief aus Bielefeld zurück nach Schalke. Da sagt man, lernt ihr erstmal Fußball spielen. Dann sprechen wir noch mal darüber. Dann können wir uns noch mal sehen. Das hat die Schalker natürlich zunächst mächtig aufgeregt, aber später hinkt dann dieser Brief aus Bielefeld. Ich glaube, der hängt heute noch in der Geschäftsstelle. Der ist so eingerahmt. Wenn Sie mal in Gelsenkirchen sind, dann finden Sie diesen Brief und dann sagen Sie besser nicht, Sie kämen aus Bielefeld. Oder vielleicht hat man das ja auch vorziehen in der Zwischenzeit. Das kann natürlich sein. mein schwarz-weiß-blaues Band. Paul-Gerd Wiegand dichtet diese fundamentalen Zeilen, die nicht zur Gänze gesungen werden, die aber in vielen Arminia-Liedern, Gesängen, Songs auftauchen. Vor allem eigentlich so die letzten drei. Arminia bin ich und will es sein, solange mein Auge sieht, solange noch ein Tropfen Blut durch meine Adern zieht. Also das werden Sie vielleicht kennen. Die oberen kennen Sie vielleicht nicht. Ich wählte mir als Knabe schon das schwarz-weiß-blaue Band. Ich legte es um meine Brust mit jugendstarke Hand. Das klingt so sehr romantisch umhaucht wie nach 19. Jahrhundert. Das ist jedenfalls offenbar so 1920 gedichtet worden. und ich war erstaunt, dass es sich dann doch bis auf den heutigen Tag durch die aktuellen Fangesänge durchzieht. Das ist schon, das ist schon. Naja, das ist eben auch Tradition. Und dann haben wir hier noch ein Großereignis des Jahres wahrscheinlich 1923. Der Kölner Ballspielclub, Rheingau-Meister 1922, 1923. Wahrscheinlich betrachtete man den als einigermaßen akzeptabel. Nicht also nicht Schalke, diese Poleten nicht. Und hier gegen Arminia Westdeutscher Mann. Die Sensation des Jahres. Muss also richtig was gewesen sein. Und dann wird auch gesagt, um den Andrang zu vermeiden, kurz vor dem Spiel frühzeitig bitte eintreffen zum Sport. Räder können auf dem Platz abgegeben werden. Und vielleicht kriegt man sie hinterher ja auch wieder. 1930, 25 Jahre Arminia. Das ist das Sportgeschäft von Julius Hesse. Der verkauft Schuhe und Sportartikel und rüstet die Arminia auch ein und aus. Das stand am alten Markt, dieses Geschäft. Julius Hesse war von 1909, ich habe den eben kurz schon erwähnt, bis 1914 Vereinsvorsitzender und hat also die Arminia aus der ersten schweren Schuldenkrise herausgeführt, mit sicherer Hand. Und dessen Andenken war man also durch die Jahre. Der taucht in jeder Festschrift wieder auf. Und Julius Hesse ist der Mann der Stunde. Dann gibt es noch mal einen Erfolg 1931-32, wo die Arminia dann westfälischer Pokalmeister wird. Und jetzt kommen wir kurz vor der Pause, oder nein, das lassen wir für uns nach der Pause, die leider blöde Zeit von 1933 bis 1945, da hat Arminia zunächst keine besonders große Heldenrolle gespielt, zumindest seine Vertreter. Und vielleicht trinken sie erst mal ein Bierchen und dann werden sie die Wahrheit vielleicht besser verkraften danach. Machen wir gerade die Pause. Danke. Applaus Danke. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.